Ja, willkommen heute bei... ...Lydels Wars. Ja, wir sind wieder zurück. Ich hab eigentlich gar keinen Bock hier auf... ...diese scheiß Gamepad-Gebys schon mal die ganze Zeit auf den Sack, wisst ihr? Das ist scheiß Gamepad, aber was soll's. Nächsten Kurs. Ich hab schon die fünfte Aufnahmeversuch, das ist der fünfte! Ja, ja, von mir, Jugend, weiß ich, Alter. Ach, die Fresse, Alter, Mann. Ich will euch dieses Level zeigen. Das werden wir mal wieder verwehrt durch diesen dummen Straßenköter. Ja, so nenn ich ihn Straßenköter, so. Hier sind wir also auf Solar. Aber wir müssen jetzt... ...ja, jetzt ein bisschen heiß ist es hier, Mann. Auch scheißig, Mann. Ich wollte nur... ...wollte nur 100 Hits haben. Ist das zu viel verlangt? Meine Fresse! Und die ganze Zeit häng ich hier rum und mach hier nichts. Oh, ja, kann's denn endlich mal losgehen. Ich hab doch gar keinen Bock mehr hier rauf, ey. Mann! Mann, ey! So, kann er endlich mal los schießen. Gut. Ihr sehen könnt, da steigt unsere Anzeige, geht immer weiter nach unten. Das sind immer mehr Schaden. Ja, wow. Ist ja auch so innovativ von Nintendo gewesen. Ist das nervigste Level von allen. Und wenn du inzwischen die Feuerbälle schießt, dann kriegst du extra Hits. Oh, wow! Ist das nicht der beste Trick, den ich jemals gesehen habe in der ganzen Welt? Ja, wow! Wir bringen extra Hits. Warum das so ist? Das kann niemand bei Nintendo beantworten, weil es einfach wie einer von ihren scheiß Assi-Gags ist. Irgendwie Punkte zu machen. Ja, wir müssen ja diese scheiß Raketendinger abschießen, wollte ich schon mal sagen. Ja, gerade diese Eisenringe, die aus Metall sind. Äh! Na komplett! Oh, meine Fresse! Ich will einfach nur meine Ruhe haben! Scheiß Gamepad! Ich geh hier nix unter Kontrolle! Nix, ey! Alter, das ist doch alles für den Arsch! Meine Fresse! Verpest dich, du Scheißköter! Nein, das ist... Ich will... Oh, Alter! Ich keep wieder nix gebacken hier! Schon wieder so ne Scheißaufnahme, mit der ich nix anfangen kann! Man! So! Oh! Noch ein paar Eisenmetallringe! Oh, oh! Scheiße! Ja, das ist ja... Ey, so leuchtende Dinger bringen wir Hexapunkte! Ja, wir haben da ein paar Bomben! Ja, normalerweise seht ihr das Spiel da in Neustadt gar nicht mein Laser nicht mehr, oder das ist heute. Na, dann lassen wir das mal! So! Angegen wir euch das Peppy-Schwinn angegriffen! Ey, 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 ey! Scheiße hier! Meine Fresse! Ja, Peppy! Geh mir nicht auf den Sack, ey! Mann! Oh, wow! Es gibt ja irgendeine Scheiße von Peppy, die wir eh nicht brauchen! Aber hier werfen wir mal ne Bombe rein! Oh, wow! Ich krieg so viele Hits dabei! Ach, Mann, ey! Nix klappt! Guck mal, ich... Ich schieß doch! Mann, ich hab's auch geschossen! Ich hab's auch geschossen! Ich hab's auch keine Extra-Hitpoint! Uhhh! Wilde Bombe halt! Ich treff ja eh nix mehr! Ne, so schlecht wie sonst was hier! Mann! Ja, noch ein paar mehr! Oh, endlich mal plus ein Hit! Wisst ihr? Einmal im ganzen Leben hab ich mal das scheiß Dinger getroffen! Oh, die Fresse Silvia! Verpiss dich, du Scheißhunde, ey! Das ist ein Frosch, ey! Das ist auch dasselbe! Oh, Mann! Guck mal, 51! Das ist Blamage! Das ist eine Blamage in diesem Zeitpunkt! Da kann man nix mit anfangen! Echt nicht! Meine Fresse! Hehehehe! Hehehehe! Ich mein die natürlich nicht so! Denk doch nix! Hehehehe! Ähm, naja, mach doch! Oh, endlich mal endlich die Rettung! Sammelt bloß diese Rettungsringe ein! Ehrlich! Macht das lieber! Das ist unglaublich! Ja, 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 ja! Gib mir mal ne Scheißkiste, ey! Weil überall sind diese Meteoriten! Ich treff nix nicht! Wieso benutze ich meine Bombe überhaupt nicht? Hier schieß mal wieder was rein hier! Mann! Ich zeige euch das schon zum sechsten Mal hier! Könnt ihr mal verstehen, dass ich hier so ein langsam echtiges Kotzen kriege? Und jetzt... Ey, für einen Moment lang dachte ich mir die Aufnahme vielleicht schon wieder abzukacken, ne? Da krieg ich so ein Hals bei! So ein Hals krieg ich dabei! Ey, das ist meine Fresse! Oh, Mann! Mann, ey! Fickt euch! Fickt euch, Mann! Ne! Ähm... Ich bitte euch das entschuldigen, aber... Ich... Ich krieg dir gleich echt das Kotzen! Ich krieg dir gleich! 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 So ein Scheißkunde! 93! 93! 93 jetzt! Meine Güte! Und wir sind schon beim Bossgegner! Klasse! Halt die auf die Fresse, Peppy! Ja, wir müssen jetzt auf die Arme schießen! Und damit können wir jetzt Schaden machen! Lasst euch nicht zu oft treffen von den Dingern! Aber das ist ihr genauso schlecht wie der andere Boss auch! Es geht mir eh alles nur um Hits! Der Bossgegner, die können wir nicht mal in diesen Scheiß spielen! Das bringt nichts! Oh, wow! Jetzt schießt mir irgendwelche Astumiden! Das ist doch egal! Für den krieg dir keine Hit-Points! Aber für den scheiße kriegt der Hit-Points! Wenn du hier zwischen den Lava-Wellen durchschießt! Das ist natürlich die beste Challenge! Und ihr könnt auch rein theoretisch könnt ihr auch 999 Punkte machen! Nicht, dass ich so verrückte, 999 Punkte hier zu machen und einen Scheiß-Rekord aufzustellen! Dann können wir mal... Mann, fick dich doch, jetzt stirbt doch, ey! Ich will doch wenigstens meine Medaille haben! Ey, der gleich war's das! Ey, ich... Dreh euch ab! Hör mal diese im Willens-Ability-Frame, ey! Ich kick das kotzen, ey! Meine Güte! Endlich haben wir das geschaut, ey! Mein Gott! Plus 10 Hits! Wenn das mal reicht! Wenn doch nicht mal das mehr weiß ich, wisst ihr... Man! Ah, das ist so unerfüllt! Ey, ne... Da hab ich keinen Bock mehr drauf! Alles... Alles... Ich hatte hier ein paar Probleme! Alles... Alles... Also denk auch nix, weil mein Wut anfällt. Bis zum nächsten Mal bei Leilet Wars. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Haben wir ne Medaille erreicht? Nächstes Mal kommt ein Macbeth. Ich hoffe ihr seid dafür bereit für den nächsten Planeten. Bis zum nächsten Mal. MAIN! ARD Text im Auftrag von Funk